Mit dieser Demonstration zeige ich euch, wie die verschiedenen Aufnahmen klingen. Im Augenblick nehme ich ausschließlich nur mit meinem iPhone 6 Plus auf, ohne Zusatzmikros. Und wie erwähnt, kann man natürlich auch wunderschöne Aufnahmen mit dem Headset-Mikrofon machen. Und so klingt das Airic Cast, das ihr hier im Bild seht in der Einstellung High. Man kann es auch auf Low umstellen, dann klingt es so wie jetzt. Aufnahmen mit dem Smartleaf Plus, dem Lavalier-Mikro, das ich mir anstecken kann, sind natürlich sehr bequem. Im Bild seht ihr auch, wie ich im Doppelpack damit umgehe. Auf diese Art und Weise bin ich dann immer bereit, wenn weitere Gesprächspartner dazukommen, bekommen sie eines meiner beiden Mikros angeklipst und wir können uns ganz unbefangen unterhalten. Zu guter Letzt das Airic Mic in der Demonstration. So klingt dieses Handheld-Mikrofon, mit dem man wunderschöne Interviews führen kann. Man kann natürlich auch selbst Filme overvoisen, so wie ich das jetzt gerade im Moment mache. Ich lege meine Sprachaufnahme über Fotos, die zeigen, von welchem Mikrofon ich gerade spreche. Auf cooperative defenses. Ich lege meine Sprachaufnahme über Fotos, das wird vom detecting αλλάины Linder stoßgefährd. Aber das so ist, glaube ich, ein Fahrern bespricht. Ich lege meine Sprachaufnahme über Fotos sind und die mich sch crashed.